So liebe Leute, heute probieren wir mal was Neues am Kogelberg. Schauen wir mal was geht. Ops, dann machen wir mal was gleich richten. Das erste was ist natürlich, haben wir schon mal den Sparren gezogen. Heute haben wir mal die super weichen Big Bulls drauf. Schauen wie sich die heute bewähren. Wow, also damit war jetzt nicht wirklich zum Rechnen. So. 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 Dann sind wir mal ganz dreist. also bitte 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 so schnell sind wir da so fahren wir aber zurück also da hat er heute geht es nur krom jetzt einfach nur ein graben da müssen wir schon wieder raus schaut euch das an das ist alles loses material komplett loses material bitte wie gehen wir da jetzt, fangen wir da durch runter so zwischendurch runter